Jau, Tag 5 hat begonnen. Wir fahren jetzt oder sind gerade auf dem Weg zu einem Museum, Tier- und Modelleisenbahnmuseum. Dann fahren wir noch zum Schluss und haben wir da noch was vor? Ja, dann sehen wir uns im Museum wieder. Ich bin jetzt an Schloss Festitix eingekommen und jetzt fühle mich auch. Und laufen jetzt gleich da Richtung Museum dahinten. Doch erst mal die was? Und dann? Mal gucken wo es zum Museum geht. Wir schauen mal. Schauen wir mal wo es zum Museum geht. Genau. Ist schon komisch, Schloss Festitix, ne? Die alle einen Tick hatten oder was? Aber es ist leer hier, ne? Aber schön ist es hier. Shane ist es hier. Shane, Shane. Shane wollte sich ja mal die Gaffer abmachen. Das ist für Shane. Hinten geht es auch noch weiter. Dann machen wir jetzt ein Foto. Und dann, ja, sehen wir unser Scheiche-Museum wieder. Und dann? Das war's für heute. Wir haben ein paar gemacht, ne? Wir sind rüber rein. Warum? Wir sind noch nicht fertig. Warum? Weil wir noch nicht fertig sind. Ahaha! Lauf! Ja, Foto machen, Foto machen. Hört eh keiner. Warum nicht? Ja, aber jetzt auch noch nicht. Nö, noch nicht. Kannst ja dann rausschneiden, reinschneiden. Kann ich, vielleicht? Ja! Wo ist die Kleine? Wo ist die Kleine? Ja, da ist ja die Kleine! Ja! Wo ist die Kleine? Ja, wo ist die Kleine? Der Kleine ist aber nicht so schnell. Wo ist die Kleine? Ich muss Kaka! Haha! Hier ist ein großes Club. Das führt nur nicht ab. Wir dürfen uns jetzt auch hier eintragen. Wer ist die Schraube? Kerstelle. Kerstelle eintragen. Wir waren auch hier. Wir waren auch hier. Und wir sind jetzt auch im Museum angekommen. Ne, André? Ja, André ist auch hier. Komm mal mit. Ja, André ist auch da. Ja. Da bin ich. André. André ist heute Abend auch dabei. Ja. Wir sind jetzt hier in einem Tier und... Also rein. Ja, Brasilien. Und ja. Ich stehe jetzt mal in der Kasse und dann sind wir es wieder. Mastenschlachtung. Wir sind drin. Und der war das Einzigste, wo jemand dort zu kommen. Das ist das erste, wo jemand reinkommt. Der Löwe. Ja. Und auch so ein Ding. Ich schweige noch eine große Daabetes und die gibt's. Mädchen, ich bin gliteret. Gäste. Was ich glaube, ich glaube, es ist hier wahre. Das war's für heute. 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 Heute Morgen. Nicht, dass ihr denkt, wir werden euch nicht alles zeigen. Aber heute Morgen haben wir euch gefilmt. Da ist die Mutti nämlich schon. Sag mal, hallo Mutti. Hallo. Sag mal, hallo André. Hallo. Und ja, das war's für heute. Und ja, das war's für heute. Und ja, das war's dann noch schon von Tag 5. Dann bis morgen. Dann bis morgen. Tschüss.